Hallo Leute und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Let's Play Team Fortress 2 Ich bin hier gerade auf einen Valve Server gejoinnt und ich muss erstmal hier wieder meinen PZ einigen machen Und nun ja hier King of the Heel Formel Und ich glaube ich bin Team Red und ich gehe jetzt mal Scout mit der Scattergun, der Mad Milk und dem normalen mit dem Badge halt bla bla Aber fang einfach mal an Und ich weiß echt nicht was das hier heute wird Also fang... das ist... Doch das ist jetzt ein Gegner, aber was die ganz... die ganz aufgefallen Nein! Aua! Mist Ja, und ich möchte erstmal eine Ankündigung machen hier Ich hab diesen wunderschönen Strange Ambassador Sozusagen... Nicht... ja... nicht geschenkt bekommen Sondern gekauft von einer meiner Freunde Und zwar von... Ometh... Ometh... Ja... Der war so nett und hat mir den für... äh... etwas höheren Preis... äh... gegeben Und... Ja... Dann versuche ich mich jetzt mal hier mit dem Kunai Und dem... Ambassadeur ein bisschen... Mit dem Spy... Ich weiß nicht, ob uns lassen wir... äh... ob das klappen wird Erster Backstep Zweiter Backstep Okay... Äh... ein bisschen hier HP daraus Aber hier sind irgendwie... Oh... Komm Headshot 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 Hehehe... Okay... Das war irgendwie ein bisschen mehr Zufall als sonst was Wenn ich zu sein soll... Da kommt jetzt ein Soldier an... Irgendein Loch... Eigentlich... ja... hier sind wir direkt ein Backstep Und hier ist der Nächste Oh mein Gott... Oh... Tschüss... Gucken wir nicht zu nahe... Muss immer noch hier nachladen... So... jetzt... Nachgeladen... So... So... Nein... So... Was... Nooo... Was soll das... Schiss mich nicht an, ey... Oh... Distance Headshot... Oh... Oh... Mein Gott... Ah... ich muss jemand... Tschüss... Der Nächste Kill... Ich glaub da war AFK... Na ja... ich muss erstmal hier gucken... Ich... ein bisschen... Äh... hier... Zieh jemand... Oh-oh... 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 Der Nächste Headshot... Ich hab einfach die Skills, ey... Komm jetzt hier... Runter... Raumlos... Beweglich nach unten... Ich brauch einen... Typen zum Backstab... Hallo... Ich brauch einen Partner... Komm... Du gehst ja jetzt erstmal nach hinten... Du gehst ja jetzt erstmal nach hinten... Komm... Da kommt jetzt nicht mal wieder der Scout an... Ja... Da kommt er an... Oh... Meine Schocks... Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh... Öh... Hey, sag mal... Oh-oh-oh... Knapes Ding... Knapes Ding... 5 Komm, 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 komm! Yo! Oh! Direkt tops, komm! Boah, was ist das denn? Oh! Oh, doch kein ... Ja, kein Entschalter eigentlich. Klar, auf dem Platz . Tschüss! So, wie viele haben wir jetzt schon denn? Neun oder? Sechs! Ai! Boah! Und der Kuna hätte jetzt immer die geilste. Also echt, das ist die beste Kombination überhaupt. Nee, die wollen wir nicht durchmischen, die Teams. Soll alles schön so bleiben. Vielleicht komm ich hier rüber? Komm ich? Ja, ich komm hier sogar. Komm ich hier rüber? Ich komm hier sogar, weil das gefällt mir. Das war ja wohl sowas vor, nein. Oh toll. Das war meiner. Ganz ehrlich. Äh, ich glaub da hat sich nix geändert, oder? Ja doch, ein, zwei. So. Pyro ist natürlich die beste Verkleidung überhaupt, ne. Weiß von vorn auch jeder Bescheid. Dass du keins bei bist, dann wissen die da direkt schon. Denken nämlich immer alle die Pyros. Tschüss Kollege, ne. Und so, da denken die, die Pyros, die sind nicht spiced und so. Und komm komm, komm, lauf in meine Richtung. Oh mein Gott, muss man den echt normalisieren. Ich will jetzt gefälligst, dass hier jemand kommt, den ich backstappen kann. Und dann ist... Na schade, war ich nicht grade als Headshot bedacht, aber naja. So. Oh, falsche Taste. Nein! Dota 2-Bild, ach du Sch... Schütze. Wo ist der denn? Äh, hat der das Team, hat der das Spiel direkt verlassen. Oh, was ist da los? Ach, ne, da. Ja, hab ich gesehen. Aber ich brauch mit dem Cooner immer Leute zum Backstappen. Und irgendwie gibt's hier keinen zum Backstappen, wenn wir die immer alle kaputt machen. Das war jetzt wieder... Ich geh jetzt auf Scout, was soll. Erstmal gucken hier, ob... Ob ich das so lassen soll? Ja, ich lass das. So, los geht's. Ich muss mich erst mal dran gewöhnen, dass ich die, äh... Dass ich die Milk hab. Weil ich kaum auf Leute werfe. Und das ist aber nichts. Ne, das ist kein Spy. Nett, sah so aus. Oh, nein, 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 du lässt mich völlig zufrieden. Tschüss, Demoman. So, das ist ein, da ist ein 2. Oh, na. Na. Jetzt erobern die noch den Punkt hier bei uns. Nein, ich will nicht traden. Super. Sofort, sofort! Noch den Kill! So, was will der denn von uns? Mal schauen. Erstmal hier irgendwo... hinstellen, wo uns die zufrieden jemand findet. So. Sehen und staunen, ne? Ja. Warten. Ich weiß der überhaupt in welchem Team. Aber mir ist der kein Team. Ja, der Pyro denkt... Der Pyro denkt echt nicht... Der Flammenwerfer geht unter Wasser. Oh, was war das? Alter, Alter. Oh, ich bin sofort tot. Oh, oh. Hey. Na, Na. Hi, NG. Tschüss, NG. Ah, ich glaub's. Was ist der denn? So. Oh. Oh, ich bin eigentlich sofort tot, oder? Und da capen die schon... Da erobern die schon wieder unseren Punkt. Na, wenigstens krieg jetzt Heilung. Nein, Pyro weg da. Oh mein Gott. Nein, du triffst mich nicht. Hi. Na du. Oh. Leg. Oh, zwei. Kann man zwei. Okay. So. Oh mein Gott. Ich weiß echt nicht, was das soll. Ne, ne, du kommst in den 3-4-Tabs hier. Ne, 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 ne. Das krieg. Das hätte ich soo, als hätt ich es grad auch irgendwie die ganze Zeit gemacht oder so. Das ist ein Spy. Ja, das sieht man. Das ist ein Spy. Also, glaub ich jedenfalls. So, da ist der nächste weg. Will noch jemand? Der nächste... Oh, ich glaub das fallen immer noch welche, weil die mir alle hinterher waren. So, Pyro, wo bist du? Oh nein, der darf mich nicht kriegen mit den... Oh, lass doch knapp mit dem Takerblatt. Oh. Kade. Was ist das? Die Traden mich an und dann canceln die oder was? Was ist das denn für ein... Los, los, los. Los, los, los. Und dann sollten wir echt mal den Punkt irgendwie kriegen. Los, der nächste Scout. Tschüss. Ne, aber dass die da jetzt irgendwie den Punkt nicht kriegen, das... fällt mich jetzt auf. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Glück gehabt. Ah, sowas von. Ich glaub der Medic ist weg. Ich glaub der Medic ist weg. Das ist ein Sentry. Ist die da. Ich kann doch jetzt nicht... Kann doch jetzt echt nicht wahr sein, dass die hier den Punkt hier ganz halten. Ehh, das regt mich jetzt aber auf. Was ist das denn? Muss da jetzt jemand den Punkt frei räumen oder was? Oh. 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 Ja, wir haben verloren. Wo, wo verstecke ich mich denn jetzt? Oh ne, der kommt sich schon an. Nein! Oh. 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 Auf. No 29. Oh. 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 Na komm, na komm, na komm! Na komm, na komm, na komm! Na komm, na komm, na komm! Na komm, na komm! Pen, komm! Na komm! Alert! Der Kontrollpunkt hat getestet! Ooooooh! Ich muss immer über den Schraß verdämen! Oh, das war so drach mit! Na, Heavy! Och, ich treff ja gar nichts mehr hier! Was denn? Was denn? Na, Pyro, wo bist du? Oh, der ist auch schon weg! Da hat er ab und mehr! Das gefällt mir auch nicht! No, no! Oh, boah! Nein! Nein! Geh weg! Oh, Mann! Oh, Mann! Ich kann ja gar nichts mehr als Demo, Mann! Nix, Mann! Nix, Mann! Kann mal ein bisschen was! Nix, Mann! Das ganze Spiel wieder von vorne hier! Nein! Ihr erobert nicht den Punkt! Ich hab mir viel von ganz unten! Was? Da ist ne Sentry! Nein! Boah, ne! Du! Da brauch ich jetzt echt... Niemand! Alter! Rage Sniper! Wie kann ich solche Noobs neu? Alter! Das ist nix... Ich kann doch so Noobs jetzt! Oh! So! Jetzt wird wieder alles gut! Auch wenn ich nix treffe, jetzt wird wieder alles gut! Und da ist'n zwei! Wie gesagt, da ist ein Spy Na, komm schon, lauf Hatshoot Mist Ja Ey, komm Headshots Oh, 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 oh Okay, da ist er weg Der nächste Der nächste Oh Der Heavy denn hier Los Oh, der nächste ist weg, der Heavy ist weg Na, fang jetzt hier schnell Ich find sowas von sofort tot, wenn ihr was um die Ecke wiegt Doch jetzt schneller So Nein Wenn man sich gerade das Medikit geholt hat, ganz ehrlich Und dann auch noch diese W plus M1 Pyros, mann Ja, das ist ganz weit So Oh, oh, tschüss Haha, winke, winke So 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 Kommt drauf! Oh! Da war noch einer! Da war noch einer! Boah! Ich wärs nicht draufgekommen! Na los! Naja, ich bin nicht klar. Wolle! Freut man nicht! Lens kein Spy! 5, 4, 3, 2, 1! Oh, ich bin wieder Topscore! Ist das denn wahr? So ist der wie! So, dann würd ich sagen... Ich guck grad nochmal eben... 17 Minuten... 39 Sekunden... Dann würd ich sagen, das reicht für die zweite Folge erstmal wieder! Und... Wir sehen uns beim nächsten Mal! Bis dahin! Haut rein! Habt viel Spaß beim Peep-Watcher-Spielen! Tschüss!